Was muss ich jetzt machen? Kampagne. Welche Mission hast du denn da? Neues Spiel. Also 0-1 Gefängnis. Oh scheiße. Das ist jetzt übelst harte. Muss ich dich in dieser riesen Liste raussuchen? Ja. Oh. Guck mal Echo. 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 Wie macht man das aus? Ich hasse Spiele mit Dauer in Game Boys. Ich geh mal in die Option. Ich hasse sowas. Welcher Idiot? Das kann nur von den Konsolen kommen. Ohne Mist. Ja. Wo ist denn das? Hast du schon gefunden? Nö. Genau das ist das Problem. Warte. Ich kann dich doch bestimmt muten oder? Du kannst mich doch bestimmt muten. Ich kann dich rauswerfen. Ich kann dich nicht. Warte. Guck mal. Warte. 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 Wir fragen mal Dr. Google. wie ist das? Dauer 3. Im Game Voice. 2. Und wie. 2. 2. 2. 3. Oh das ist bei Audio Einstellungen der Balken Stimmen Oh wirklich? Ja Ich dachte das ist das Ingame, also hier die Nun, dachte ich auch Aber da gibt es den Knopf Erzähl Stimmen Aber ich dachte das wäre vielleicht irgendwie Story Zeug Oh ja, genau, dachte ich auch Und die normalen Stimmen halt irgendwelche Kunden Das ist echt übel oder? Nee, das ist bestimmt einfach nur übelst krass schlecht übersetzt Wenn ich mit dir... Oh das kommt rein So, denk dran, ne? Meine Lobby zu finden Ja, ich bin schon am Scrollen Boah, nicht dass man am Ausrad noch kaputt geht Aber das ist doch sinnlos, ne? Man kann das scheinbar nicht ausschalten Wir hören uns bloß nicht mehr Das ist schon... So, damit es am Ende noch lag Wenn noch zwanzig weiter mitspielt wird Wir waren Brüder Prototyp-Kommandanten in der emergenden Fälle In der psychischen Krieg Ich war der Favorit Ich gab ihnen, was sie wollten Ich gab ihnen, was sie wollten Ich gab ihnen Leben Sie sagten, die Synchronicität mit meiner Mutter hat mich homicidal Er war der erste Prototyp Die Zeit Die Zeit Die Gefahr Die Gefahr Die Gefahr Die Gefahr Die Gefahr Die Gefahr Post, ey! Du Eimer Ich nehm das da auf Ups Ja, ups Das will ich ja immer sehen Hm Danken wir bestimmt alle Gab's das nicht eigentlich mit deutscher Stimme? Ich hab bloß deutscher Untertitel Reden die bei dir deutsch? Warte mal, da muss ich mal kurz Warte mal, da muss ich mal kurz Also erstmal muss ich die raus langsamer stellen, oder? Boah, ja, das ist übel Wenn ich es finde Das ist bestimmt die Zielempfindlichkeit Ja, das ist schon nicht, aber einfach Ja Ne, aber schon ganz unten Ja, warte mal, ich will das dir auch deutsch quatsch fragen Ja, warte mal, ich will das dir auch deutsch quatsch fragen Wie falsch Kacke Ja Wie duks nur dich? Seh Was, wie? Seh Klauch Seh Please Ah Hä? Also rechte Meisters Let me go No Auch Äh Alter Äh, Alter Aber keine andere auf. Für was haben die das da eingebaut? Alter Kontroller vibriert Oh, wie erschreckend das jetzt war. Wo sind die Leichen hin? Hey, die sind weg? Nö, bei mir sind die weg. Aber ist das eine andere Version als du? Nein, bei mir ist das überhaupt nichts. Alter. Oh Mann. Oh Mann. Kann ich keine Waffen nehmen? Oh krass, ich zieh mal ab. Boop boop boop. Boop boop boop. Oh, das könnte ich eigentlich auch machen. Sieht bestimmt gleich falsch heraus. Einfach ziehen. Also ich find den richten nie. Egal. Da hängt er in der Luft. So, ich kann ja die Leute übernehmen. Dann kann ich ja auch umbannen. Aber denk dran, ob du übelst Angst ein blöd überspielt. Was macht das? Dass uns übelst Angst ein blöd überspielt. Ach so, ja. Ich hab schon eingepinkelt. Keine Sorge. Und töte doch mal nicht die. Alter, ich will die übernehmen. Ach so, ja, da drin ist noch mehr. Ich weiß es nicht. Ich find's mir irgendwie ein bisschen einfach. Oh, hier wohne ich jetzt. Geh weg. Ich wohne hier. Du lieber dort. Du bist. Was sehen wir? Ohne Ratte, kann ich die übernehmen? Ich bin gleich. Ich bin einfach die Überläutung. Du bist oder wache? Dämpf, das wird sogar dich documents geben. Du bist. Ok. Du bist. Ich bin hier, ne. Fähig. Ja. Du bist. Du bist. Ach, jetzt weiß ich was die roten Dinger sind, die geben mir praktisch wieder Energie, dass ich in dem Körper bleiben kann. COD Style! Das Spiel ist so übelst COD mäßig, Alter. Was ist F1? Herausforderung? Achso. So komisch das Menü bloß. Oh, ich... Oh, ich... Das war ein paar Gegner von der Klammer in Klobbo. Hat das Black Ops das neue Neon-Multiplayer? Ich glaube Ich meine hier, ein Koop Was ist denn kostenlos diese Woche? Wirklich jetzt, dein Ernst Ja, ein Koop könnte man ja mal ausprobieren Wirklich jetzt, dein Ernst Entschuldige bitte Gehen wir dein Kato-Zeug spielen Ich Ah Fast hätte ich meinen Körper verloren Wir müssen wirklich mal ein bisschen schwerer stellen dann Das ist so übel Das ist so übel Gibt es eigentlich noch so eine fette Granaten-Animation? Ich habe keine Ich habe keine Wo bist du? Below Oh hier, unser Eiger Na, ich habe es gesehen Ich habe es gesehen Das war so hammer wie die ausgesehen haben Oh Oh Ach Ich habe auch noch ein bisschen Munition Entschuldigung Hier gibt es noch was zum Equatieren Ich habe mich nicht Ich habe mich nicht durch das Blas schießen können Nein, ich habe meinen Körper verlassen. Es dauert ja ewig, bis sie dort sind. Ich muss das gar nicht mit dir teilen. Ich habe das übelste Siegfeld hier hinten. Wo ist das? Oh nein, oben. Es ist dunkel. Zum Glück hat er eine Taschenlampe. Pass auf, wenn wir dazwischen sind, kommen Gegner. Ne, ne, ich geh mal drüber. Ich geh mal hier. Was ist los? Hä? Geht trotzdem wieder in die Einrichtung? Wir sind los. Hier knurrt irgendwas. Komm mal mit in die Einrichtung. Ne, ne, sag ich doch. Ich weiß aber noch nicht, was er von uns geknurrt hat. Ich habe wieder so komisch das Seelenband. Ja, für was immer die Dinger sind. Ja, mein Problem. Entschuldigung. So, da verteile ich jetzt den Video. Ach, mein Gott. Sportlos Seelen. Aufstieg. Wir können jetzt die Sprung treffen. Wir müssen das erlernen. Hä, wie geht er? Sprech mit dem Maustrauch zu bringen. Äh, Maustrauch zu bringen. Maustrauch. Hier. Ja, sieht so dumm aus. Also, ich brauche mal so eine Seele. Ha. Ha. Zu spät. Ich muss meine Kippe wieder anmachen. Ja, ich steh mal die Nerven. Ich leckere hier unten. Die Nerven. Oh. Ach so, dann kann ich den Sprung kick vielleicht doch gar nicht. Na gut, der Teil ist echt krass. Der tut mir nicht alles. Ich brauche ihn. Ach so. Ich muss den Dellen. Ja, falsche Knopf gedrückt. Verdammt. Geht es weiter? Auf geht es weiter! Ich habe ihn raus und ich habe ihn gefunden. Ach duā. Wenn du nicht jetzt da haben wir jaMagazin und verglebt. Woher hängt die Kräuten da einer? Der war nicht unten? Wollt er? Wollt er ihn haben? Okay Ih! Äh was ist jetzt los? Dann komm ich noch Jetzt das Video sieht scheiße aus Der hat ein Loch im Kopf Den schmilzt du? Ich weiß, er hat ihn noch im Kopf Wir haben den erschossen Ich gab euch das Leben Ich habe euch gefaunt Jetzt ist mein Ton auf Deutsch Ihr werdet mich fürchten Komisches Spiel Ich muss Eisengitter haben Was, du hast Vettel für diese Mission freigeschaltet? Dann müssen wir hier Form 1 Hä? Hä? Hast du du? Ich dachte ja Das ist mehr gekillt als ich Ich habe keine Ahnung was es hier soll Bonus sauberer Durchslaufe Entschuldigung Jetzt ist es bei mir eigentlich Das passt ja auch Spitzenübersetzung Guck mal, da hat er jetzt schon ein Loch im Kopf Deswegen hat er da so ein Band rum Wenn es nicht mehr so ein Band rum Guck mal, wenn ich es schon gesehen habe Guck mal, wenn ich es schon gesehen habe Boah, das ist so laut, Alter Ich habe das Spiel schon wie bis leise gestellt Ich verstehe überhaupt Ich verstehe überhaupt ganz kurz also was einstellen das ist leise gemacht jetzt das ist wirklich übel COD-like ist das eine Wand? hä, wo? wie sehen die aus? die Ratte überall? ne, es ist keine Ratte unter dem Kopf wieso muss ich eigentlich den Tor E? das sollte jetzt gruselig sein oder was? jo, übelst ganz ehrlich, wenn man da vier Ends denkt an, da sind beide eingeschissen beim spielen ja, das hier ist echt witzelig ja, ja, ich bin hier hier, hallo, hier und da ist keine Waffe mehr, ne? woher wir die hin sind es lädt es hat geladet ich hab schon wieder so Panikmomente ja, ich ducken ja geht's nicht weiter alter alter also muss man sagen, das Level sieht cool aus so rein vom Design her so rein vom Design her ja, aber grafisch ist es ja gut, aber ich mein so vom Level Design her ist es ganz schick gemacht ja oh äh, what the fuck hast du das auch gesehen? oh ja ignorieren voll interessant ich hab ja alles Tabletten ich hab ja alles Tabletten wie ich denn die runter springen kann? ist das Fisch, oder? du musst ja gucken wie das aussieht wenn die springen guck mal an das ist so dumm auf allem wie hoch du springst weil wenn du zweimal springst, springst du sogar bevor du am Boden aufkommst, oder so? naja, aber vor allen Dingen, das springt gar nicht so, wie das aussieht, ne? ne, ne, das das ist krass ja, ne, ist klar so, und wo bist du jetzt? du könntest mir da helfen ne, ich hab grad eine gekriegt ne, ich glaube auch ich bin los das ist doch wohl äh, was ist das? bei dir sind die jetzt aber zu Manchester, ja? nö blut auf dem Boden, die sind weg wie heißt die? Alma, ne? Mutti Mutti das ist Mutti Alma heißt die, ne? Alma, ne? Fotze das ist Mutti ja, entschuldigung Mutti Fotze ja, ich will nicht hin ich will übernehmen ich will übernehmen also kann ich den nie übernehmen der lebt auch ja, jetzt machen wir weg was ist denn los? ja, bei mir liegen die alle hier hier, gucke na hier, gucke sollt ihr das sehen hier, Bein abgeschossen E für Seelenband, hä? wieder ein Bein abgeschossen so, machen wir den anderen Arm ab ja, du stehst bei mir am Boden E für Seelenband ich drück E für Seelenband hier weg, ich mach das für dich ach, mach doch mal halt für dich ne, ich hab geteilt oh, du hast gesagt zu essen hier bleib ich ich wohne jetzt hier hier aus meinem Feuer ich wohne jetzt hier ich hab doch schon mit Glechel aber wie lange ich im Feuer stehen muss? ne, weil du auf easy gestellt hast oh wette ich mit dir warte mal, Option Fieleinstellung Rekrut kannst du das hochstellen? nö wo äh, was ist das? Mami? Mami? blöde Schlampe kann uns mal helfen anstatt mich hier im Nichts rumlaufen zu lassen er hat mich eh zu NICHT zu gebrauchen die hat auch hier kann er rüberhoben ja nja klotzen soll neidisch auf meinen Kopf Schmuck siehst du meine Taschenhaber gar nicht? nö mach die auch nicht aus ne, ich sehe überhaupt keine Taschenhaber bei dir wie ist denn los? Du Hubschrauber? Ich hab' mir erwischt das Schluss gerade ab. Achso, geht los. Bleibst draußen. Bin drin du Eimer, statt als du zugewacht hast. Jetzt ist er weg. Warte, geh' mir mal hin. Muss ich denn da schießen. Oh mir, ja. Kann losgehen. Ich mach das. Oh, die hat draußen gerandet. Ach, jetzt ist mein Halten-Ding länger. Hä, was ist das? Von wo es weitergeht? Ja, hier, in der Türkloppe. Oh, der hat gerade eher noch Fenster zugemacht. Wie beim Bettler vorne. Oh, oh. Oh, jetzt so. Dann los. Ich fisch mein Kunden gleich los. Oh, hier sind ein paar. Rühr mal dein Leben-Ding. Danke. Das ist ja echt für'n Arsch. Das ist ja irgendwie, die Steuerung ist irgendwie total abartig. Weißt du, was ich meine? Ja. Schon die Animation, wenn der rennt, oder krieg ich einen Hass? Vor allen Dingen kann der bloß vor Sekunden rennen. Ich weiß nicht. Nö. War noch ja die ganze Zeit. Nö, jetzt nö. Wie hier, deine Fresse im Bild gehabt. Ich bleib hier. Wirklich. Was denn hier ernst? Wann? Kannst du hier rein, oder was? Nö. Söne. Wisse, das wäre mal eine Stelle, um was zu verstecken. Oh, ich könnte mal das Bettler vorne wieder spielen. Nein, ich verliere meinen Kunden. Scheiße. Brauchen neun. Na klar, und hier sind jetzt welche. Oh, komm doch mal her. Kannst du nicht übernehmen? Oh, ich könnte nicht aussaugen. Ach, stirbt doch. Ich weiß es nicht. Ne, doch, also mein Bild wird auf jeden Fall rot. Irgendwie, keine Ahnung. Granate wird ignoriert, sterben sowieso nicht. Ups. Es wir mal. Boah, wirklich. Also ich brauche einen Kunden. Komm mal her, Kunde. Irgendwie voll nervsch. Also das Naivon ist ja echt assi. Ich habe gerade einen Grill erschossen. Oh, weiter. Gesperrt. Ja, immer noch gesperrt. Da rennt er noch rum. Pass auf, jetzt geht es bestimmt gleich. Siehst du? Ja, da kommen wir aber einfach immer rausgeschissen. Na ja, trotzdem ist das selbe. Dass der Dankmann gezogen hat, ja. Weil ich habe konstant um die 50 bis 60 Frames, ne? Aber das läuft irgendwie total eklig. Ist das bei dir auch so? Ja, ja. Kannst du den hier erschießen? Warte. Ja, ich verliere gerade meinen Kunden, jetzt. Ja, vielleicht nicht. Ich nicht, aber du musst irgendwo rauskommen, Roddy. Hallo. Hörst du gerade? Äh, ich glaube. Du musst zu mir kommen. Hä, wie zu dir. So. Maaan. So, da steht ein großer Böder andres Spieler geworden. Hahaha. Das war nicht groß genug. Mach mal, gib mir mal hin. Okay. Geh Bock hier mit dieser komischen Fähigkeit. Da musst du 100 Mal treffen, bevor der tot ist. Oh, die Klappe. Deine Seele. So, das ist die Pumpe. Oh, Junge. Wirklich. Ich stand da voll in der Explosion. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss noch zweimal auf den Boden fallen und auf einen schießen. Hä? Naja, warte. Und dann? Verlierst du jetzt noch raus? Verlierst du den wieder? Ah, hier geht noch mal zwei. Oh, Junge, Alter. Nee, du stirbst ja jetzt. So. Ich brauche drei Abschüsse. Oh, lol. Ich muss das mitten in einem Gefächt machen. Ja, also mal hoch. Warum? Kannst du dich doch bewegen? Reicht das denn nicht? Ja, beim nächsten Gefecht... Ja, genau. Ja, das will hier gerade meinen Kunden. Wird es da bei dir auch dunkel? Nö. Beim nächsten Massengefecht wirst du mich mal auf dem Boden liegen lassen und nie schießen. Ich hatte vor dich liegen zu lassen. Ja, Spitzentechnik. Also, eigentlich müsste das so sein. Ich habe dir bestimmt fünf Kugeln halt gejagt. Ich überlege gerade, was eher rauskommt. Das oder Metal auf vorne. Wenn du das kümlechtest, dann hin. RELOADING! RELOADING! Okay. Gut, dass sich die Granade da nicht mehr stört. Bleib doch mal hier. Ich rette dich Gott. Herrlich. Nein, halte ey. Warum halte ey? Eigentlich nicht, wenn ich das drücke. Weil, weil... Aber ganz ehrlich, wenn ich das spiele und die Gegend hier so sehe, kriege ich übelst Bock auf Metal auf vorne. Oh, hier. Oh, da kommt übelst angerastet. Hast du das gesehen? Gib mir mal. Oh, den willst du haben? Kann ich den haben? Ich glaube, lieb. Der hat gerade den getötet, den du übernehmen wollte. Puh. Oh fuck. Du darfst mir übrigens helfen. Ich muss sie dreimal mit diesem komischen Schlag treffen, bevor die umfallen. ein? Ne? Ne? Ne. Ach, nicht getroffen. Ein? Ne. Eins. Zwei. Ball, ne? Ball. Boah, du darfst den im Raketenwerfer spielen. Warte mal. Warte mal. Gib mir mal. Gib mir den mal. Komm her. Ja. Ja. Jetzt darfst du bestimmt nur über dem Raketenwerfer spielen. Boah. Jetzt ist keiner mehr da. Also keiner mehr zum Spielen. Geh rein? Nein. Hä? 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 Wieso wird das jetzt dunkel? Wie besoffen? Haha. Was? Und halt. Tag. Komm, mach's doch dann. Jetzt guck ich wo sie will. Sofern, warum? Ohh, warte auf andere Idioten! Steht hier wirklich? Was ist das denn? Na, bei mir ist doch nichts. Wieso hast du eine andere Version als ich? Äh, lol, Norbert, geh mal in Option. Spiel-Einstellung, ach ne, warte mal, das musst du im Menü machen. Und zwar, äh, diesen Filter. Da gibt's ähn, 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 Sensorfilter. Ach so, das müssen wir mal machen, wenn wir die Mission hier fertig haben. Warte, 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 ich mach das. Den sollen wir uns unter den Nagel reißen? Wirklich? Ich hab die Wäscheleine getroffen? Echt jetzt? Jetzt hab's schon getroffen. Bei mir hast du gar nicht geschossen. Was? Was? Was ist das? Verlade. Aua! Wirklich, schätze. Nein, du musst E drücken. Für das Click-Time-Event, Mann. Ach, der... Ich weiß nicht, ähm, aber ich glaube so. Wir versuchen das erste Mal. Wieso habe ich immer dieselbe Waffe? Na, weil das diese Datenwaffe ist. Ja, könnte ich nicht mal eine andere Waffe haben? Das ist doch schwer. Ey, sind das Teleporter oder so? Ja, ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Nein. Ich muss noch gar nicht lang. Machst du das für mich? Ja, ja, geht nach oben. Äh, Laser? Oh, Granada. Aufstieg! Haben Munition verbessert? Ich hab gar keine Waffen. Also nicht wirklich. Ne, er hat's lieber runtergesprungen. Oh, wie lau, Alter. Guck mal da unten! Und? Wollen wir runtergucken? Alter! Äh, keine Ahnung. Das ist ein übelstes Beispiel für faunes Level-Design, Alter. Aber richtig! Vor allen Dingen überall kannst du hinspringen, na? Oh, hier kommst du nicht hin! Wo? Ja, jetzt wirst du bei mir einfach auch... Es ist mir leid. Boah! Auch mal so eine Seele. Ah ja. So, das geht auch wenn du die erschießt. Wie lange will der Heli dann noch warten? Ich mein, wir sollen den übernehmen, aber... Ach ja, jetzt fliegt er los! Das ist richtig! Das ist richtig! Ganz ehrlich, das ist das Schlechteste 4, was es gibt. Das will was jetzt, es gibt los rein! Ja, aber das ist so übelst COD! Das ist echt übelst traurig! Jetzt ist es wieder deutsch! Was bin ich denn eigentlich, bin ich denn eine Art Hirngespitz oder was? Los! Und noch ein Kopf! Der konnte den ich spiele, gehörte nicht klasse! Aber übel! Ja, bei der Mutter! Ich weiß gar nicht, erfährt man das im ersten Teil schon? Der Mieter der Lieblingssinn! Ach ne, warte mal, im ersten Teil bist du ja gar nicht, oder doch? Ne, da bist du nicht der! Doch, bist du! Tötet dich ja nie! Tötet dich ja nie! Tötet dich ja nie! Okay, warte, ich geh mal zurück ins Hauptmenü! Dann müsste dann nur die richtige Mission starten! So, Option! Na, warte, bei Option, bei Spieleinstellung, erst jetzt eingeschränkte Gewaltdarstellung! Äh, warte, äh! Und eingeschränkte Blutdarstellung! Option, Spieleinstellung! Na? Gibt's bei mir nicht, da ist nur die Schwierigkeit, Untertitel und Beitrittsoption! LOL! Und bei mir steht jetzt noch da, eingeschränkte Gewaltdarstellung, eingeschränkte Blutdarstellung! Hm, bestimmt eine andere Version hast du! Ich kann nicht, wo du das Spiel herhaben! Ich hab's von G2Play! Keine Ahnung, wo du's herhaben! Du hast die Kinderversion! Ja, das Spiel ist langweilig! Das wird eh schon, was Spaß macht in dem Spiel, wenn du die Kunden, wenn sie tot sind, den du noch die Körperteile abschliessen kannst! Ah, ne! Da hast du noch Bock, das weiter zu spielen! Wirklich! So tun wir uns ja eigentlich! Ja! 45 Minuten gespielt, reiiiiiicht! Ich weiß nicht, dass es ein Singleplayer war! Ah ne, das war 4.2, wo es ein Singleplayer gespielt hatte! Wo bist du denn das? Ich meine Maus wieder schnell machen, ey! Das ist ja eklig! Haha! Ey, weißt du was wir mal spielen könnten? Wirklich! Wirklich! Wirklich!